Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Ja, wir haben im letzten Part Ednas Tagebuch holen können. Allerdings ist es zu spät gewesen. Edna ist schon abgehauen. Und wir wurden von Dr. Marcel und der Oberen gefangen. Und Dr. Marcel hat uns mit Hilfe von einem präparierten Harvey-Stoff-Hasen hypnotisiert, sodass wir uns nicht widersetzen können. Wir haben auch hier unten Verbote. Kein Feuer machen, also nicht mit Feuer spielen, dem Erwachsenen nicht widersprechen, kein Alkohol trinken, nicht lügen, keine pferdlichen Orte betreten und so weiter und so fort. Und ja, wir haben jetzt die Aufgabe von der Oberen bekommen, ihr Identität zu servieren. Allerdings haben wir dabei durch den Verhörraum des guten Gerricks, der sich als Spion herausgestellt hat, aber nicht für, sondern gegen die Oberen, erfahren, dass wir müssen zu ihm kommen, in seinen Geheimraum. Und dass wir dafür dann eben der Oberen die Fiole mit dem Wahrheitsserum in den Tee schütten sollen. Und das werden wir noch nicht hinbekommen. Ja. Damit er ein Geständnis von denen bekommt. So. Okay, Tasse, Teekanne. Dann gehen wir mal Tee machen, ne? Das Serum reichte diesmal, wollte. Okay. Dann pack die mal Tee drauf. Wenn sie schon neuen Tee kochte. Da aber wo sollte sie jetzt? Hä? Dieser Tee war bereits fertig. Achso. Achso. So, war jetzt Tee. Lili! Du ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor Blami? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze K-K-Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich K-K-K könnte, dann würde ich es K-K-K. Aber, aber, Frau Oberin. So beruhigen Sie sich doch. Lili wird ihrer Auf... Nicht wahr, Lili? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lili ließ sich nichts anmerken. Aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Keine Sorge. Wir haben doch wundervolle Tollkirschen schon dabei. Haben wir ja schon mal im Voraus ein bisschen gesorgt. Nein. Ich will nur Tee kochen. Keine Sorge. Lili hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Creepy. Lillis Spezial-Tee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit. Eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Hm. Der ist bestimmt nicht heiß oder so. So, liebe Oberin. Ich habe einen leckeren Tee für euch beide. Dann, hau raus. Endlich. Es wurde ja auch Zeit. Dummes K-ki-ki-ki. Okay. Also ist das creepy. Habe ich gesagt. Oh. Oh. Weil sie selber keine Kindheit haben konnte. Wenn ich die haben möchte. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lilis Chance. Ich geh da mal. Tschüss. Oben an der Wand aber ohne mehr Licht. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garrets Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Oh nein. Andererseits hatte Garret bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Okay. Ähm. Mach mal ne Fackel. Ja. Ja. Aber Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Ach. Natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas seltsames geschah hier. Ähm. Gerret, ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Ähm. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell. Komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro. Direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Hm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt. Die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotisiers zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Nein. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Okay. Sollten wir hinbekommen. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Boogie. 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 Hallo. Willi hatte sich mithilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberen argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Ja. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Probably, ja. Die Schädel hier. Es war eine hölzerne Keule, wie Lilly sie nur aus Geschichten über Steinzeitmenschen, Trolle oder Baseballspieler kannte. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberen gesehen zu werden. Na dann. Ah, der Staub! Mein Auge brennt! Wer war das? Tja. Ah, wie das brennt! Ah, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberen kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Ein Gewehr raushören. Mein Auge brennt! Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere oder jemand hatte angefangen einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Das kann natürlich sein, ja. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberen hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Okay. 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 Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Was siehst du? Es gibt keine Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. B-b-b-b-b-b-b. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Hm. Ähm. Ich bleibe. Es gibt keine... Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber... Dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ähm. Zur oberen Rippen. Lilly hatte eigentlich, man konnte sie gut zählen, aber die oberen... Okay. Du siehst. Ähm. Okay. Kannst du jetzt so bauen. Ah, sie hat die Kontaktlinse herausgenommen. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die oberen offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die oberen eine Brille. Aber in der realen Welt war die oberen auch keine 20 Meter groß. Das stimmt. Also ging das wohl klar. Na dann, her damit. Und wir wissen ja alle, was... Ähm. Ne? Hahaha. Nun, mein Lieber. Ich hoffe, du magst es schön warm. Lilly brauchte keine Sehhilfe, um zu erkennen. Dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Das ist... Ah, in ihrer... Na nur, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel Stippe. Das ist... Das ist... Feuer! Feuer! Aaaaah! Ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Nimm ihn ab! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Na das wird aber sowas und bereuen. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass mal! Soll es nicht... Tschüss! Nimm ihn! Nimm ihn! Tschüss, Dämon! Schön mit dir! Lilly hatte das Feuer entsorgt, genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Das stimmt! Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Dänen, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ah, das ist schön. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Aber wir kennen doch die guten alten Filme. Na dann, Reiner. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberen die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Okay, okay. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwingen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberen verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Der Trance. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Die Polizei rufen? Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Sporen deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Auf zum Schaukelbaum! Okay, aber ich würde sagen, bevor wir Edna's Spuren folgen, mache ich erstmal einen Cut für diesen Part von Harveys Neue Augen. Und ja, wir sehen uns in diesem weiteren Part wieder. Und bis dahin, sage ich ciao!